...fünf, damit übernimmt sie die Führung am Stufenwaren. Letzte Turnerin hier, Dörte Tümmler aus der DDR. 16 Jahre ist die Berlinerin, ein hübsches Mädel. Kontergrätsche. Viel Applaus, Deltchef. Und das wollen wir natürlich nicht sehen. Der Abgang von Dörte Tümmler. Ja, sie freut sich, sie hat hier eine gute Leistung in diesem Finale gezeigt, aber mit der Vornote von 9,875, da wird sie keine Chance mehr haben, um ganz nach vorne zu springen. Die Zeitlupe. Das war der Deltchef, war sehr gelungen. Dörte 1986, Jugendmeisterin in der DDR. Dieses Jahr gewann sie das Turnier der Meister in Cottbus. Und war Siegerin an diesem Gerät am Stufenwaren. als es mit einem Sitz, die Sie ihn herstellen hat, nämlich die Höater, bei der Lux und der Hümen eines governments 선생님. der duraere Hümen eine ganze teams tem Vielen Dank.